Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MapleStory zusammen mit dem PeeBee. Hallo. Und wir sind immer noch in der Stadt der Elfen und erledigen spannende Aufträge. Total. Das ist so spannend, hey, man kann es gar nicht glauben. Ja. Deswegen dürfen wir jetzt mehr der Fairy irgendein Mehlkram bringen oder was das war, ne? Ja, wobei ich mir gar nicht sicher bin. Wir können hier sogar zwei machen. My Existing Pet EXP. Wir haben ja gar kein Pet, da wird es los. Oh, wer ist denn da? Hm. Es ist immer noch in Progress, wir können es nicht abschließen. Ähm, weil ich habe auch gerade in unserem Journal gesehen, wir sollen da einen Apfel bringen. Für was habe ich jetzt dieses Dry Treat gekauft? Ja, das, warte, ich habe es jetzt gerade mal kurz angesprochen. Aber ich kann es auch nochmal, ich spreche es nochmal ab. Weil ich, ich habe hier so ein Ding, was ich, also ich habe hier so ein... Giftzeichen. Ja, ich kann es, ich kann es internen. Du kannst, hä, wieso? Ich muss ihr einen Apfel geben. Keine Ahnung, ich kann es ihr geben. Warte mal. Ja, jetzt habe ich auch wieder das Buchzeichen. Ich kann hier jetzt... Warte mal, wo ist das? Was verliere ich jetzt? Also ich werde jetzt wahrscheinlich den Apfel verlieren. Genau, ready to complete. Also, kannst du vorlesen. Du bist Pee-Wee, nicht wahr? Du hast hier ziemlich eine Reputation gemacht, dass du dir hier selbst verletzt hast. Wie hast du mir einen Dry Treat gebracht? Oh, sweet of you. Ich habe gedacht, die Ruhmungen über dich waren, waren wahr. Und Wing the Fairy hat dich zu treffen. Ja, sie hat zwar eben gesagt von wegen Dry Treat, aber ich habe das immer noch in meinem Inventar und ich habe ihr einen Apfel gegeben. Geil. Ich checke es jetzt nicht so ganz, aber okay. Soll ich mal gucken, ob ich zufällig einen Apfel hatte? Ich habe das Dry Treat immer noch auch, ja. Vielleicht hatte ich schon einen Apfel. Merkwürdig. Ja, und die gibt uns jetzt nichts mehr. Jetzt sind wir hier fertig, oder was? Ja. Das ist ja... Das war ja total spannend. Was sagt dir denn dein Maple Guide jetzt gerade? Äh, fancy the Magi Kai Cat Quest. Habe ich hier. Warte mal. The Magical Cat. Ah ja, das habe ich auch. Da müssen wir zu Grendel gehen. Okay. Hier unten irgendwo, ja. Das ist doch einfach so angelitten. Echt? Ja. Ich bin jetzt bei Mr. Grendel. Da darfst du jetzt nicht, da muss ich die Stimme nicht mehr verstellen, dass du... Ja. Ah. Ich spreche gerade jetzt im Menü an. Ich spreche das bei dir an mit The Fairies of Illinia. Okay. The Fairies of... Soll ich irgendwie alt sprechen? Das will ich mal. The Fairies of Illinia have all been waiting about us, have all been talking about your kindness. Even Wing the Fairy, who I don't think is interested in anyone besides Wing the Fairy. You are certainly improving in both skill and reputation. Perhaps it is time for you to do a little bit more training. Don't make that face. Training is good for you, right? No. This is wonderful. This is a wonderful mindset you have in your brain. You would do well to see my apprentice, Fanzi, at the giant tree. His training will be difficult and occasionally very silly, so be ready. Oh, by the way, he is a cat. At least that's what he... At least that's what he was the last time I saw him. I wonder if he ever figured out how to fix it. Um, yeah, and then we... Is that the same thing that we had to die the last time I saw him? The giant tree? No. Ah, oh God. Yeah, we have to go to the... Oh, there's a sun! What do we do with that? We have to go with the guy... Wait, we have to go first up here, because here is a TV. Ah, okay. Ah, that looks like a cat. We have to be careful, but they spring up here and up and down. That's very nerve me here. I'm never sure. Okay. I don't know, is this a type or... Ah, sister, I don't know... Shit. Ah... So, let us just hang out a seat. There are the most of the fastest, right? Ah, okay. That's not an correct idea. Because they make a lot of damage. Ich krieg 64 Schaden. So, also. Typ oder? Keine Ahnung. Katze. Katze. Das machst du toll. Okay. Meow. I was a great meow-gician who specialized in manipulating my admi- My admi- Ugh, god. Long choice what I can- I'm a cat. Meow. Are you ready for training? It's going to be pretty tough. Meow. Alright. Meow. You get it. If you want to be strong and meow-gy, meow need to go hunt evil-gician. It's the only way, meow get as tough as meow. Go hunt about 50 of them at the giant tree and meow come back a real meow-gician. Oh yeah. Gut, also 50 von den Viechern. Ja. Ist machbar, oder? Boah. Die machen halt echt viel Schaden. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Bei mir ist es gar nicht so schlimm, aber... Das ist der Vorteil vom... Wie viel machen die bei dir? Ich hab eben gerade 77 bekommen. Wow, okay. Äh... Ja, ich krieg so 22... ...32... Krass. ...die Gegend dran. Na, 24, 21. Okay. Ja, dass sie halt von überall kommen, ist übel. Ja. Vor allem, die springen halt auch über die Ebenen hinweg und sind dann auf einmal irgendwo, wo du es gar nicht erwartet hast. Ich hatte mal ein paar Tränke nehmen. Ja, hab ich auch gerade. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem Verliebtsein zu tun haben soll. So ist es immer noch. Naja, ich hab das doch wegen der Waffe noch. Aber was mir das jetzt bringt, oder dein Nachteil ist davon, oder... Sag mir, steht es bei der Waffe nicht dabei, was das sein soll? Ich glaube nicht. Ich kann jetzt gerade schlecht nachgucken. Ja. Gleich nachher. Ah, perfekt, wir haben es. Ich glaube, wir haben auch wieder zusammengekämpft, sozusagen. Ja, glaube ich auch. Dann hängen wir uns mal wieder an den Fein. Wir sind ganz viel von diesem Spring-Kram. Ja, ich auch. Pass auf, heil dich, Marge. Ja, oh ja, noch ein Ding und ich bin kaputt. Ich hänge mich erst hier dran. So, jetzt trink, 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 trink. Dann musst du wieder ein bisschen miauzen. Ja, machen. Wie würde das denn ausgesprochen werden? Weil es heißt ja You. You, oder was? You, ja. You did pretty well. But that was just a warm-yout. Mew, think Mew can handle the next training mission? Klar. Toilis. That's the spirit. Mew ready to Mew on. Never looking back. Mew. It is hard to talk like a human with this cat, Mews. The teeth really get in the way. Wait a second. Do Mew smell fish? Mew. Back to business. I want Mew stronger, tougher, Mew the Mewonster. Go out and fight some powerful evil eyes. I can tell Mew. They will be way stronger than the evil eyes you fought before. I'd say about 30 of them should give Mew good work out, Mew. I'll send Mew there when Mew ready. Okay. Okay. Ready. If Mew want to get Mew in the middle of the test, just talk to Mew. Good luck. Okay. Okay. Beamen wir uns direkt dahin. Was ist hier jetzt anders? Wir sind halt einfach ein bisschen stärker. Bei mir machen sie sogar weniger Schaden. Bei mir auch. Bei mir machen sie nur einen pro. Einen? Ja. Na ja süß. Wenn ich verliebt bin. Vielleicht, ja. Weniger Schmerzen. Die Karte ist ja super, Mini. Nee, auch wenn ich nicht verliebt bin. Einen. Ist ja lame. Von wegen, much stronger und so. Total. Dafür geben sie auch keine Reward-Mix, ne? Verlieren überhaupt nix. Ah, Hilfe. Ich muss mal irgendwie Dings dran nehmen. Ah ja, noch fünf. Dann haben wir's. Okay, keine mehr. Wo sind sie? Noch mal zwei. Denkst du noch? Ja, ja. Noch mal klein. Ich muss jetzt irgendwie mit dem Typ reden. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem reden will, weil die jumpen ja da auch hin. Ja. Warte mal, ich mach das mal kurz. Ich glaub, wir können nämlich... Ah ja, das war natürlich jetzt blöd. Von da oben rüber? Ja. Komm, stirb. Ich komm da auch gar nicht hoch. Aber... Ja doch, wir kommen da hoch mit unserem Super-Octopush. Ich fragte nur, ob wir verlassen wollen. Aber wir haben's doch geschafft, oder? Ah ja, ja, jetzt gibt er uns auch den Reward. Aber lass mal wieder runtergehen zu dem Seil. Ach so, aber du bist schon wieder... Ach so, aber du bist schon wieder weg. Genau, genau. So. So. Oh, der nächste Miao-Auftrag. Erstmal den fertig machen, oder? Stimmt. Okay. Miao, there's somebody that did a good job. Look at Miao. Miao full of confidence. Come back later and I give you another Miao-schen. I've got a sudden urge to take a nap in the sun. Okay, a fancy stretch is luxuriously. Miao, I have never enjoyed the sun so much. Humans don't ever seem to remember how nice it is to stretch out in the warm sunlight. Oh, Miao probably want to do some training, don't Miao? The next bit of training is to go and mash up about, oh, 50 curve-size. Miao can find them at the tree trunk, Miss No. 1. Miao! Okay. Wir werden direkt hingebeamt. Das ist doch schon mal was. Oh, wir sind aber irgendwie... Wo bist du? Äh. Du bist nicht bei mir. Ich bin in irgendeinem... Doch, du bist unten, oder? Ne, bist nicht. So einem schleimigen Ding bin ich jetzt. Ja, bist du über mir irgendwo? Weiß ich nicht, hier sehen wir auf der Karte nicht. Du hast eben auch jemanden getötet und das hat für mich gezählt. Okay. Ja, vielleicht geht es da zu weit hoch, als dass man das jetzt sehen könnte. Wenn wir an unterschiedlichen Stellen gespawnt sind. Ja. Ah, diesen schleimdinger kann man wahrscheinlich hoch und runter, ne? Ja. Boah, ich hab schon voll viel für diesen Spring-Kram. Ich hab schon voll viel für diesen Spring-Kram. Ja, ist doch cool. Wo gibt man das dann ab, wenn man das dann vollständig hat? Oh, ich bin... Ich bin tot. Oh, shit, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ei, ei, ei. Oh, wie komm ich denn da jetzt wieder hin? Ähm. Vielleicht über den Maple-Guide? Ah ja, natürlich. Recommended Quest. Klappt das? Äh, nee. Ich glaub grad ist es abgest... Ach, jetzt hab ich die... Den Guide. Ja, witzig. Ich will aber nicht den Guide. Ich will da hin. Kann man mich nicht da hinbeamen, irgendwie? Nee, also hinbeamen ist irgendwie nicht... Ah, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du hier warst, weil da liegen noch ein paar Sachen. Ähm. Wie sind wir denn da hingekommen? Ja, gut, dann musst du bei Elinja da rechts oben raus, wo wir auch für Wing the Fairy was raus... was geholt haben. Okay. Too close to the wind? Ja. Und dann... Und dann nach links. Oder ganz nach links. Äh, ganz nach links durch müsste das sein. Warte mal, ich guck mal auf der Weltkarte, wo... wo das gerade ist. Ich lotse dich. Also pass auf, du bist da. Dann musst du jetzt nach Chimney Tree. Chimney Tree? Das gibt's aber hier nicht. Oh, halt mal auf mich runterzuschmeißen. Äh, wo bin ich denn jetzt? Du bist aber... Jetzt bin ich... ...close to the birds. Danach kann ich zu close to the sky oder close to the wind? Und... Ah, close to the birds, da bist du jetzt. Dann gehst du zu close to the sky. Okay. Das ist nämlich irgendwie gleich schon mal falsch gegangen. Achso, ich kann auch wieder zurück zu close to the wind, gell? Ich bin direkt... Ach nee, ach nee, ach nee, du bist richtig gegangen. Also close to the birds. Dann close to the sky. Ah, vielleicht sollte ich mich auch mal wieder heilen zwischendurch, gell? Ja, vielleicht. Äh, nein. Ah, da, da sind die drinnen getroffen. Okay, warte. Bis man sich hier wieder durchgekämpft hat, ey. Lose einfach dein Octopus-Ding und dann springst du drüber. Ja, warte. Close to the sky, okay. Okay, und jetzt bin ich... Giant Tree. Giant Tree. Ah, ich seh schon. Und dann gibt's da oben Green Tree Trunk. Und dann geht's da in diesen Tree Trunk Nest 1 rein. Da, wo du gerade bist. Ja. Okay. Ja, perfekt. Dann kannst du es weiter machen, wenn du möchtest. Zählt das eigentlich gerade noch für dich, dass ich hier die kill... Äh, ich seh gerade nix, nee. Komisch. Äh, vielleicht sehen wir das dann, wenn du wieder da bist, ob es gezählt hat oder nicht. Äh. So. Na komm, geh ins Portal. Äh. Jetzt bin ich aber im... Hier sind jetzt noch keine, die ich brauche, gell? Wo ich jetzt hier bin. Wo bist du denn jetzt... Wo bist du jetzt gerade? Ich bin jetzt in dem... Ah, warte, ich sterb gleich. Ich bin schwer. Ach je. Wow, und es sind so viele, es sind so unglaublich viele. Wo bist du denn? Ich bin, bin, bin durch das Portal gegangen. Da stand, ich soll durch das Portal gehen. Ja, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo du bist. Bist du hier? Bin ich jetzt gerade auf deiner Karte? Äh. Nee, ich seh dich jetzt gerade nicht. Ach, wo rennst du schon wieder rum, ey? Gibt's ja gar nicht. Ich würd die gerne jetzt alle besiegen, damit ich hier mal einsammeln kann. Ich hab hier so viel erlebt gerade. Ach, du musst hier auch sein. Wieso seh ich dich denn nicht? Wie heißt die Area, wo du jetzt bist? Die heißt Green Tree Trunk. Äh, warte mal, da kann ich, glaube ich, hingehen von hier aus. Nee, da bin ich. Ich bin hier. Da unten stehst du. Ah, ich seh dich. Ah, okay. Wir haben es aber auch geschafft. Nee, ich nicht. Ach so, du nicht. Oh, das ist natürlich jetzt echt... Wow. Jetzt zählt mit, was du machst. Ja, sag doch, ihr unten ist übel. Ich kämpfe einfach mal mit dir, was geht nie ab. Ja, das so ging es mir eben auch. Oh, danke. Oh, gut hast du es gemacht hier. Ich bin hier alles... Achtung, da ist einer. Oben, der kommt auch gleich. Das ist ja der Hammer, was hier alles rumliegt. Ja, ja, ich hab ja selber schon hier gekämpft wie ein Berserker vorhin. Als ich hier hingekommen bin. Aber die zählen alle mit und deine zählen jetzt auch mit. Jetzt ruhig auf der gleichen Karte sind. Okay, ich hab's auch. Okay, wir können wieder zum Monster zurück. Ich kippe mich durch. Hey, ich sehe gerade voll komisch. Ich hab gerade so eine... So rote Augen. Jetzt nicht mehr. Also wir sind doch schon hier, oder? Ja, ja. Also... Hängen wir uns mal wieder auf. Yep. Okay. So, jetzt kannst du aber auch Job Advancement machen, ne? Ja, jetzt bin ich auf Level 30. Ja, dann... Fernseher hat zwar immer noch was, aber ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal kurz, oder? Dann machen wir das aber in der nächsten Folge. Okay, alles klar. Gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ja.